Ich trage euch heute ein kleines Gedicht vor, das ein bisschen spaßiger ist. Auch ein bisschen Spaß muss sein in der Adventszeit. Advent von L'Oreal. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schnee, Flöcklein, leise herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel Höft sich ein kleiner weißer Zipfel Und dort vom Fenster her Durchbricht dem dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer Die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht Hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei der Seines Pflege Seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein. Am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zu Das Häslein tat die Augen zu Er legte sie direkt von vorn den Gatten Über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase Zwei, drei, viermal die Schnuppernase Und ruhrt weiter süß im Dunkeln. Dabei die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen Da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen Den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen Nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied Was der Gemahl bisher vermied Behält ein Teil Filet zurück Als festtagliches Bratenstück Und macht zum Schluss Es geht auch für die Reste Im Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen Und drauf hört man Hundebellen. Wer ist's denn so tiefer Nacht Im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldem Schlitten Auf seinem Hirsch herbei geritten. Hey, gute Frau! Habt ihr noch Sachen, Die armen Menschen Freude machen? Das Fürsters Haus ist tief verschneit Doch seine Frau steht schon bereit. Je sechs Pakete, Helgermann, Ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Fürsters Haus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt. Es ist Advent. Das ist Advent. Es ist Advent. Das ist Advent. Ein Geist. Aus Advent. Untertitelung des ZDF, 2020